Hinten links. Achso, ja. Sollen wir hin? Ja. Ja, ne? Ja. Wir können noch warten, bis er tot ist, aber... Schön. Kann das mit dir nachkippen? Das war schön. Happy Birthday, Lollings. Ja, ihr könnt das auch zusammen machen, wenn ihr wollt. Könnt ihr das im selben Takt machen? Ja. Oh Gott, es ist wunderschön. Was? Jo, Geralt. Coole Moves, wirklich. Echt coole Moves. Ja. Ja. Okay, okay. Geil, das ist hier, Alter. Näh. Gleite mindestens zehn Sekunden lang auf Stück bergab. Äh. Also das Next-Gen-Update ist auf jeden Fall... Gut. Ich würde sagen, an Plötze haben sie hoffentlich nix gemacht, ne? Es ist... Plötze macht einfach einen Milchtritt am Baum. Ja. Komm, Plötze, lass mal... Lass mal gehen, ja? Lass mal gehen. Bibi? Nee, nee, nee. Mich... Mich nicht mobben. Oh, da ist Rippchen runtergefallen. Oh nein. Das ist ja jetzt ärgerlich, ne? Oh, Schein. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Eiskalt. Lässt du meine Seele erfrieren? Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Du spielst mit meinen Gefühlen. Warum rufst du an? Äh, es gibt einen ganz dringenden Notfall. Ähm, der Hamster von Rippchen wurde gerade eingesaugt. Der muss ganz dringend los. Äh, ja, das ist schlecht, weil... Dann muss ich doch mal ganz dringend los! Das schlecht... Rippchen kann grad gar nicht weg. Kannst du den da irgendwie raus... Kriegst du den da irgendwie alleine raus gerade? Der wurde eingesaut oder eingeparkt? Eingesaugt! 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 Dann hat's plötzlich so... Achso! Oh, das ist auch... Oh, das ist auch... Oh, ja, das ist auch... ...fieh... Keine Sorge, das passiert mit dem Alter! Mit welchem wollte er anfangen? Oh, Seite! Ehh, einfach so! Er pluppt weg! Schön! Das ist halt so sadistisch! Ja, reifen wir mal so auf. Hä? Ich hasse dich. Ah, jetzt. Halt, lass es echt kommen zu essen. Au, der tat weg! Au! Au! Oh, weia, ey. Da hat er mal gezwiebeln. Das hat sich nicht böse angehört. So was wie Beine enttarnt oder so. Das was jeder macht. Und der Chat soll dann auch, ja das wäre ja auch langweilig. Das macht ja jeder. Ich hätt noch pinke Haarfarbe. Nein, nein. Oh, nein. Was denn? Chat, holt mich hier raus. Hilfe. Okay, warte, ich probier das jetzt mal. Hup! Boah! Da musst du ein bisschen runter. Mit der Zunge? Ja. Nein, was? Hä? Mach mal ganz raus. Hä? Hä? Du sollst nicht das Kinn nach oben. Ja, wie soll ich denn sonst machen? Mach du mal. Ja. Oh mein Gott, du musst den Stuhl festhalten. Okay, du kannst. Okay. Drei, zwei, eins. Ging aber, oder? Oh, wie glatt das ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh boah, was ist schön. Leg dir deine Haare mal da hin. Oha. Ja, oder? Hast du noch ein paar? Ich wollte gerade sagen, lass es den Rest auch noch machen. Drei, zwei. Warum wusste ich das? Wenn es auf deine Tastatur spritzt, also ich meine das ist Öl. Ich halte es hier fest. Tief geht er in die Gurke da rein. Ich weiß es nicht. Drehst du auch mal? Willst du auch mal versuchen, die Gurke da rein? Ist halt unten fest, ich mache es so. Okay. Oh, wie da Angst. Was ist denn da raus, der? Die Gurke steckt mir. Einfach in die Mikrowelle packen. Ja. Schön runterbücken. Ja. Genau. Ich wusste doch, dass du das willst. Das ist so ein Zwischending zwischen einem Grillhähnchen und... Du würdest den essen? Ja. Im Endeffekt ist das ja ein Zwischending zwischen einem Salzleckstein und noch was. Also ist das doch okay? Boah, stimmt. Eine Aerodactyl ist steinhart, ne? Ja. Absolut smash. Akzeptabel. Menschenbausatz. Komm noch. Ich musste einfach... Ich wollte unbedingt. Lass dich hüpfen. Ui. Oh, schön. Patsch. Gut, das war schon mal... Nicht so gut. Oh nein. Perfekt, direkt hier an. Warum versteckt sie sich? Surprise, motherfucker. Ah, scheiße, du blöde... Oh, fuck. Oh, fuck. Was der NPT hin? Was der NPT hin? Was der NPT hin? Was der NPT hin? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Hi. Falls ich sterbe. Ja. Der, der mich reportet war's. Okay. Ich bin gerade oben engst in der Ecke. Ich hab das Gefühl, dass das wieder passiert war. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Also, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wie geht dieser Angel-Quiz? Ähm. Moment. Du stellst dich hier hin, hältst deine Angel da rein und jetzt hast du ganz viel Zeit. Hahahaha. Scheiße. Habe ich ne komische Stimme? Nein. Nein. Aber ich glaube, ich hatte noch nie eine komische Stimme. Was ist da so? Nein, das ist da so. Nein, das ist das ein. Aber ich bin deshalb nicht mehr. Aber ich bin doch nicht. Aber ich bin nicht mehr. Aber ich bin ... Ich bin einiger Fantastisch. Aber ich bin ... Aber ich bin ... Was ist das aber auch voll aus gerade, oder? Das sieht aus Überlebnis ein bisschen gut aus. Ja, bitte noch mehr. Oh Gott! Ich hab so einen kleinen Tinnitus. Ja, aber der ist auch nur klein. Wo geht's hier raus? Ja, kam auch von einem kleinen Menschen. Wo geht's hier raus? Wow! 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 Kann jemand Rippchen töten? Wir werden nichts sagen. Ja, bitte, bitte. Ich sag nichts. Wir sagen nichts. Tötet ihn. Dankeschön. Dankeschön. Völlig fein für mich. Ja, cool. Okay, gut. Wie gesagt, der neue Charakter spielt mit Fächern. Finde ich ziemlich interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt aber spielen möchte. Mit welchen Fächern? Mathe oder Deutsch? Ja, ich bin auch von Kannibalismus kapitel in Overcooked. Über Kannibalismus hab ich Divi kennengelernt. Wollte ich grad sagen, wenn Kannibalismus reinkommt, ist das Divi's Main Game. Das wundert mich jetzt irgendwie nicht. Ich bin ihr zugelaufen, weil sie meinen Geschädel haben wollte, damals in Rust. Oh ja. 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 Ja.